Uns steht jetzt ein nächster Arctic Outbreak bevor. Das hört man ab und an jetzt. Was soll das heißen? In der Arktis, da sammelt sich sehr, sehr kalte Luft im Winterhalbjahr. Und wenn die ausbrechen kann quasi, also nach Süden strömt, dann wird es bei uns sehr, sehr kalt. Und das beschreibt eben genau dieses Wetterphänomen, wobei kalt ist jetzt natürlich relativ. Das sind übrigens Werte, die jetzt in Olmeyakon gemessen wurden. Minus 63 Grad zeigt zumindest dieses Thermometer. Die offizielle Station war bei muggelig warm, minus 55 Grad, also deutlich mehr. Aber keine Sorge, so kalt wird es bei uns nicht, aber schon auch deutlich frostiger. Das Tief Hinne ist dafür verantwortlich. Es liegt am Mittwoch hier über Südskandinavien und zapft hier mit diesen Randtiefs schon mal diese kalte Luftmasse langsam an. Die kommt aber noch über die See. Das heißt, die ist zumindest in unteren Luftschichten noch relativ mild. Mild ist es ohnehin noch in Mitteleuropa, aber diese Luftmasse, die wird dann ziemlich schnell abziehen. Hier ist nämlich auch richtig Bewegung drin. Da haben wir teilweise kräftige Sturmböen. Und wir sehen, am Donnerstag liegt das Tief hier schon über dem Nordwesten Russlands. Zapft weiterhin die kalte Luft an. Und hier haben wir noch mal ein weiteres Tief, was nochmals kalte Luft anzieht. Und die kommt jetzt nicht mehr den weiten Weg über das Meer, sondern geht hier an der norwegischen Küste vorbei, zieht teilweise direkt über Norwegen. Und das Ganze ist dann schon deutlich kälter. Und wir sehen, das arbeitet sich weiter nach Süden aus. Europa dann verbreitet mit blauen Farben. Und hier draußen, da versucht sich zwar ein neues Tief einzumischen, aber es wird sich wahrscheinlich ein Hoch über uns legen und das blockt das Ganze ab.